Herzlich willkommen zum Thema des Tages. Eine neue Sendung hier bei CDU-TV. Bis zum Wahltag melden wir uns zweimal die Woche, um gemeinsam mit dem Generalsekretär der CDU Deutschlands, Hermann Gröhe, die aktuellen Themen zu besprechen. Herr Gröhe, natürlich ist heute das Thema, das TV-Duell von gestern Abend. Wie und wo haben Sie das Duell erlebt? Ich war im Studio in Adlershof im Pressezentrum. Da liefen ja dann auch vor dem eigentlichen Duell sozusagen die Vorduells schon bei Berlin Direkt, Bericht aus Berlin. Und dann wurde dort auf großen Leinwänden gemeinsam mit vielen Journalisten, aber auch mit Mitgliedern der Parteiführung, mit prominenten Gästen und Unterstützern dieses Duell mit Spannung verfolgt. Und ja, es war ein toller Abend. Nun wurde ja vor diesem Duell vielfach von der letzten Chance des SPD-Kanzlerkandidaten gesprochen. Wie hat er auf Sie gewirkt? Bemüht, natürlich eine Chance zu nutzen, aber eindeutig ist, der ersehnte Neustart der SPD-Kampagne ist ausgeblieben. Das ist alles eher im Ungefähren geblieben. Ganz, ganz viele Fragen, mitunter auch fahrig und von oben herab gegenüber den Moderatoren. Mehr Fragen, wenig Antworten und kein überzeugendes Argument, warum man in dieser guten Lage des Landes so massiv die Steuern erhöhen will. Warum man die Auflagen der internationalen Gemeinschaft für Länder in Europa, die Hilfe halten, für falsch hält, also einer Schuldenvergemeinschaftung eher das Wort redet, da blieb er doch jede Antwort schuldig. Nun wird ja heute auch heftig diskutiert, wer denn jetzt letztendlich dieses TV-Duell in Anführungszeichen gewonnen hat. Wer ist Ihr Favorit? Also ich fühle mich einig mit den Umfrageergebnissen immerhin von drei der vier Institute, die klar Angela Merkel vorne sehen. Sie hat mit Sachkunde, mit persönlicher Glaubwürdigkeit und ihrem sympathischen Auftreten, denke ich, viele Menschen erreicht. Unseren eigenen Anhängerinnen und Anhängern neue Argumente, Argumente an die Hand gegeben, aber in ihrer authentischen Art auch viele Unentschlossene, Neugierige angesprochen. Das war ein guter Tag für uns. Welche Wirkung hat dieses TV-Duell jetzt für die verbleibenden knapp drei Wochen? Sind es ja nur noch bis zum 22. September? Das war eine wichtige Etappe, aber es gilt am 22. September. Bis dahin ist noch viel zu tun. Da gibt uns der gestrige Abend Rückenwind auch Argumente für den Infostand, aber auch für das Gespräch zu Hause und am Arbeitsplatz. Aber es bleibt viel zu tun. Es wird ganz, ganz eng. Es ist ein spannendes Rennen, aber wir sind zuversichtlich und der gestrige Abend hat uns darin bestärkt. Dann wollen wir Sie auch gar nicht weiter aufhalten. Vielen herzlichen Dank, Herr Gröhe, für den Besuch hier bei uns im Studio. Gern geschehen.